Sehr schön gespeichert ist auch. So, sie müsste dann gleich verhandeln. Und wir fangen um 9 Uhr an und arbeiten bis 17 Uhr. Das ist doch eigentlich vollkommen okay. Das ist eigentlich vollkommen okay. Ich würde die erstmal hier vorne hinstellen. Ähm. So. Bekomme ich Papierrollen raus? Scheiße. Bekomme ich nur Papierrollen raus. So, gute Morgen. Wie geht's dir denn? Lass mal Angebote sehen. Hm. Ob wir das besser verhandelt hätten, nicht. Wer weiß. Okay, das heißt, das ist erst die, diese Zwischensachen. Das sind doch nicht die hier. Das heißt, aber hier könnte ich die Sachen zumindest verkaufen auf dem Marktplatz. Warum ist denn der rot? Ach, weil der neu ist, ne? Gisten habe ich auch keine. Kann ich leider nicht mit handeln. Die könnten wir machen. Oh, 450. Vielleicht liegt das daran, dass die nicht so hoch ist mit dem, mit dem Dingens. Dass die da von der Bewertung her, von der Arbeitsbewertung her, nicht allzu hoch ist. Beteilbaren habe ich momentan nicht. Da kann ich momentan nicht mit dienen. So, Personal. Assistenz. Assistenz. Feuern. Ciao. Egliche Anrufe. Fünf. Guck mal, die ist wesentlich besser hier. Morgan Ramirez eingestellt. So, Müllsammler schauen wir auf. Fünf. Den haben wir, also fünf. Angebote zeigen. Nichts. Okay. So, was machen wir mit dir heute? Wo schicken wir dich denn hin? 56, 67, 69. Geh da mal da hin. Das ist relativ viel. Wir machen erstmal das mit Holz. Müsste einer von den neuen Karten jetzt sein, ne? Jetzt habe ich nicht geguckt. Wegen, ähm... Größer. Also wegen Sternenbewertung. Ich kann es halt nicht über die Wand werfen, ne? Schade. War durch die Wand werfen in dem Fall. Ah, stimmt. Mülltüten. Müssen wir gleich auch mal gucken, ob wir die upgraden können. Ob das schon geht. Ob wir da das nächste Upgrade auch schon freigeschaltet haben. Und dann können wir die Wand werfen. Wenn hier steht Anrufe 5 Kriegen wir dann 5 Aufträge statt 3? Wir haben bisher immer nur 3 bekommen Weil wenn wir 5 bekommen Dann muss ich doch auf lange Sicht doch noch einen einstellen Mitarbeiter Dass wir da auf jeden Fall auch noch einen haben Der da für uns fährt So hier muss aber noch mehr liegen So hier geht es um So hier geht es um So hier geht es um Mal noch Holz Ach guck mal da Liegt noch mehr? Ah ok da Hab ich jetzt nicht drauf geachtet Wollte nach 4 Stunden mal so langsam aufhören aufzunehmen Ist doch nicht Na war das ich denn versteckt hier Jetzt finde ich den wieder nicht Liegt der vielleicht draußen? So ich doch Da fliegt aber die Gitarre durch die Gegend nicht die Gitarre durch die Gitarre durch die Gitarre durch die Gitarre durchsffects Und da war das ist Okay. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 hier schon mal nichts mehr aber es leuchtet mittlerweile sogar müssen aber gleich mal gucken was wir jetzt noch freigeschaltet haben wir müssen jetzt noch ein paar sachen noch freigeschaltet haben die neue müllsekrenze was was ist ärgerlich dass ich die maschine jetzt nicht gebrauchen kann dass ich da eine andere maschine für brauche für die sachen so so Das war's. 2% wieder Wo habe ich hier was übersehen Da direkt hier vorne Wenn es die 2% waren Du kannst schon mal anfangen Ich habe sogar einen 2. Lager Roboter Ach wie krass Ja, Müllzäcke Stufe 2 kaufen wir jetzt auch Einführung in die Robotik Reduziere den Energieverbrauch der Roboter Verkaufe Produkte 200 Mal Aber das habe ich noch nicht hinbekommen Ich weiß nicht wie wir das kriegen Sortiere 10 Mal, wir haben ja sortiert Lass den Roboter schneller bewegen Er ermöglichte das Mitarbeiter ihre Talente besser zu zeigen Gehen die Leute dazu um mehr Abfall zu bringen Hochstufe 15 Denkt die Löhne der Müllsammler Rotmanagement System Das wäre natürlich auch nicht schlecht, dass wir weniger Geld zahlen Aber so viel zahlen wir ja jetzt nicht Was das betrifft Also da zahlen wir ja relativ wenig aktuell Deswegen, das könnte auch schon wesentlich mehr sein Dann kannst du schon mal anfangen zu sortieren Und ich hole schon mal die ganzen Kisten hier rüber Ich muss jetzt erstmal gucken, was ich jetzt zusammenkriege Damit ich auch die Sachen anbieten kann In dem Fall Wie viel ist da jetzt drin? 10 Kilo Das ist gar nichts eigentlich, was da Was da gerade an Material gesammelt worden ist 10 Kilo ist echt, echt wenig Jetzt habe ich zwei neue Maschinen gekauft Und kann sie nicht benutzen, weil ich die Sachen aktuell nicht brauche Das ist ärgerlich Ich muss halt gucken, dass ich jeden Tag ein bisschen Plus mache Dass ich da jeden Tag meine Sachen zahlen kann Müssen wir gleich gucken, was wir alles verkaufen können Aber Metall war momentan sehr gefragt Kann das dann, dass der Boden kaputt geht? Oder kommt mir das gerade noch so vor? Das Loch war doch vorher nicht Oder ist das mir einfach nicht aufgefallen? Du brauchst auch viel mehr Ressourcen dann, wenn du wirklich alles fertig bekommen willst Viel, viel mehr als das, was du jetzt hast Aber wäre schon krass, wenn der ganze Boden jetzt kaputt gehen würde Und wenn du eigentlich auch du schon Ich brauche jetzt alles direkt rüber, was ich jetzt hier nicht brauche, kommt jetzt direkt weg. Metall brauche ich aber, weil das muss ich schmelzen. Das kann auch weg. Da brauche ich nämlich die Metallbarren. Das kann auch weg, das bringt er gerade weg. Die Metallbarren habe ich ansonsten gar nichts, ne? Doch, ich habe ein paar da stehen, aber das ist nicht viel. Da können wir die 55 noch zusammen, ja, das sieht sehr gut aus. Das kann auch weg. Ich muss gucken, ob wir noch genug Aufträge drin haben. So, ist er jetzt auch fertig oder auch nicht? Meine Güte, wie viel kommt denn da noch aus? So, wie viel kommt denn da noch aus? Ich dachte, man könnte heute mal pünktlich Feierabend machen. Ich hoffe, dass das noch genug Geld einbringt gleich. Da kommt noch 16 Kilo drin. Ich muss gucken, was wir noch in Aufträge haben. Ja, Zeitung. Oh, Papierrolle brauchen wir. Was machen wir? Machen wir mal ein 900. Wenn ich da morgen direkt mit anfange. Oder gleich noch. Dann sind die nämlich schon mal weg. So, da brauchen wir 48. 45. Ich muss gucken, dass wir noch Geld bekommen. 110 haben wir jetzt tatsächlich. Ich brauche der. Aber direkt 600. Ich betreibe das jetzt ein bisschen mit den Preisen. Absichtlich, damit wir das Geld auch noch rein bekommen, was wir gleich wieder verbrauchen werden. So, Metallbarren 30. Guck mal, da gibt es 1000 für. Also wir müssen gucken, dass wir irgendwas mit Metall auf jeden Fall bekommen. Gepresstes Papier. Guck mal, 400 und der Rest gehört dir. Hier. Dann habe ich jetzt aber keine Rollen mehr, ist das Problem, ne? Äh, angenommen. Aber ich habe ja für die anderen zwei Tage Zeit. So, was braucht ihr denn? Sägemehl habe ich 50 noch hier. Aber 400 raus. So, jetzt haben wir direkt 2200 wieder. Also hat sich doch gelohnt, die eine Maschine schon zu kaufen hier. Dann kann der nämlich direkt weg. Ja, Papier habe ich jetzt keins mehr. Kann der Kollege schon mal anfangen zu sortieren hier. Aber das ist ja sonst nicht. Also kannst du auch abends um 10 nach 7 arbeiten. Wir gehen dann mal schlafen. Papierrolle werden wir morgen in Angriff nehmen müssen.